Man kann da oben Runboost machen und dann so rumstrafen. Geht das überhaupt noch? Lass den bitte machen, Sanse. Bitte schön. Bin tot. Fuck. Also, wir machen das jetzt nochmal, Sanse, ja? Nice. Alter, sweet! Ich muss mal gucken, wie der Bang geht. Stellt sich ja quasi da rein. Wo willst du denn hin bangen? Ich geh mal hin, ich geh mal hin. Alter, wir die abfacken. Mann, wir wollen den Bang ausprobieren, Gegner. Was macht ihr? Ich mute die direkt. Hm, zieh nicht aus. Ich steppe wieder vor A. Ich sehe auch nichts. Oh, hab nichts gesagt. Ey, jetzt geht er mir echt noch die Nerven langsam. Hallo! Sanse, warte ich. Flash weg. Flash, er müsste voll geflasht sein. Ja, er ist geflasht, das Ding. Ach ja, wo ist das denn, Jan? Ah ja, Leute, mit der B90 geht mal genauso um. Das ist Peak Performance. Ah, kommt richtig was an. Ich flash nicht gelogen, ich muss. Einer ist hoch, einer ist hoch. Ah, das Sound. Grün. Höch. John, kommt mehr. Nein. Weiter weg. Ich muss mal langsam dahin gehen. Ja, das wäre nice. Ich könnte Rampe halt zurückgeben, aber... Ich hab die Rampe halt zurückgegangen, bitte. Ja, am besten einer auf B blank. Ist gang. Oh Gott. Nice. Ich weiß gar nicht, wie ich hier stehen soll. Ich versuche jetzt mal AWP zu spielen. Ähm, zu ramp hin, aber da müsste einer rechts gucken. Ich gucke. Rechts. Ja, Jan, du hast eine Narbe über der Lippe. Hä? Äh, ja, ja. Ich hab... Ich hab... Äh, das ist... Das ist Schnodder aus der Narbe raus. Ähm... Molli hier erstmal voll rein. Wart, bist du da, bis Sanse? Sanse? Ich seh schon... Jan fällt runter. Ja, ich seh's auch. Kann ich hier rüber? Ah, ich versuch's gar nicht. Nee, kann ich nicht. Schaffst du, schaffst du. Nee, nee, man kann nicht. Oh, shit. Sanse. Oh, Sanse. Oh mein Gott. Fuck, fuck, fuck. Ich meine... Ich wurde geblockt, aber ich... Na... Fuck. Vom Gegner, oder was? Eine ist schon oben. Im Gang. Klappt das in den Raum rein. Gotcha, bitch! Ja, und einer kommt ramp hoch. Ist weg. Mist. Da ist ja noch einer. Hä? Ihr könntet ihn von hier vielleicht sehen. Da ist er. Alla krunk. Gott, Alter. War das schlecht. Sanse, da hat dich Schniesel echt Ultra gerettet. Ich kann die Neifen sollen, oder so. Du hättest einfach irgendwas anderes als die Skodden-Tips sollen. Mashallah. Ziesel. Ey, warum? Achtung, macht euch bereit für den krassesten Montag eures Lebens. 3, 2, 1. Oh, 3, 2, 1. Langsam werde ich nervös. Oh, shit. Nimm doch die Opel, Tata. Was macht der denn Zetti? Ist der geistig behindert? Muschelsalat. Sanse, ich schau auch aggressiv rein. Oh Gott, ich war noch nie so lost wie jetzt. Window. Ich flash gleich rein, Sanse. Pass auf. Nice. Ich komm zu dir. Warte, warte, warte. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich hab'n Kid. Ich hab'n Kid. Ich hab'n Kid. Right, right hinten an der Ecke, right? Nein. Ja. Was, Janis, was ist das? Was ist da los? Ähm, Larry, fast? Ich dropp' euch erstmal mein Handicap. Moment. Sanse, kommst du? Oh, bei Arrush. Oh Gott, harte Arrush. Komm mit. Nein, ich hab'n Kid. 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 Danke, Sanse. Danke, Sanse. Nice, Jungs. Ich bin sogar On-Spot geblieben und hab'n überlebt. Hahaha. Oh, Prefight mich hinter den Zwicklans. Flash nochmal rein. Oh, 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 oh. Right Side kommt durch. Right Side, kleiner Gang kommt. Einer war kleiner Gang. Ja, kleiner Gang ist durch. Wolli den ab. Pass auf, Left Side bei dir, sonst dass du nicht umlaufen wirst. Ja, Left Side, da ist er schon. Ja, dann. Nice. Nice. Okay, ja. Du hast noch beide. Du hast beide gekillt. Oh, auch einer. Ich war fröhlich. Oh, da liegt ne AK. Oh, da liegt was Süßes. Oh, 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 oh. Oha, der ist am Mittel. Ähm. Ich bin da zweimal gesprungen, habe beidesmal mit ner Orb eingetötet. Beidesmal. Ja, komm halt. Jetzt bin ich ein kranker Spieler. Meine Güte geht ab. Ja. Oh, Hilfe. Auf. Ich flasche einmal rein. Achtung, ich flasche auch. Ich flasche auch. Ich flasche auch. Bei mir ist einer durch. Diesel, Wiesel. Trink gerne Diesel. Jetzt mach den Schwung. Mach den Schwung. Ja, ne. Das war's, Hanse. Oh, nein. Nein. Oh, schade. Egal wie gut du bist, ich bin guter. Alter, sieht los aus. What? Ja, nicer One-Tap. Den, der war, der, ja. Bitteschön. Da habe ich mal wieder ganz schön reingepfeffert. Ich bin mal wieder im Übertreiben. Egal wie gut du bist. Züge fahren Güter. Hm. Bam, 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 bam. Er holt mich noch, okay. Daki, mach den Schwung. Daki, mach den Schwung. Oh. Oh, 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 oh. Man kann da oben Runboost machen. Und dann so rumstrafen. Geht das überhaupt noch? Lass den bitte machen, Sanse. Was für ein Boost habt ihr da gemacht? Tiesel, zeig mal. Strafen, ja. Aber wohin geht das? Nice. Alter Sweets. Kronk. Man nennt ihn auch. Runboosti, Boosti. Nee. Small Criminals. Oh. Also dass er da nicht reingelaufen ist. Du hast so ein Eiergesicht, ne? Guck ihn, Mann. Er hat schon ein Eier... Irgendwie leider ein Eiergesicht. Ja, ich hau nicht. Ey, du kannst doch nicht in so ein schönes Gesicht hauen, ne? Holy moly. Nice, Larry. Alter. Du musst jetzt mal oben. Wenn ich noch runterfalle, bin ich weg. Wo ruschen die jetzt? Bitte schön. Bin tot. Fuck. Oh, gib ein Headshot. Window down. Aber ich hab gut gefuttert. Guck mal. Kennt man, Sleasel. Kennt man. Global, Kappa.